Sehr imponierend, Dr. Carroll. Ich bin froh, dass es Ihnen gefällt, Sir. Dr. Jekyll ist der hervorragendste Chirurg, den wir je hatten, hier in unserer lieben Frau der Schmerzen und Leiden. Hi, Daniel. Hallo, ihr lieben kranken Leutchen. Schönen guten Tag, Miss Carroll. Schönen guten Tag, Crew. Mary, was machst du denn hier? Weißt du, ich war eigentlich heute zum Essen verabredet mit einem gewissen, gut aussehenden, jungen, erfolgreichen, brillanten Chirurgen. Aber, äh, ich schätze, er hat's vergessen. Du triffst dich mit anderen Männern? Quatsch, ich rede von dir, du doofe Nuss! 20 Uhr. Ja? Tut mir leid, wenn ich Sie belästige, Doktor, aber... Ja, ja, ist schon gut. Und wer ist denn das schon wieder? Hey! Hey, du blödes Arschwoch! Hey! Bist du wahnsinnig? Das ist nirror! Hey, kann man hier vielleicht mal aussteigen, ja? Ja, nichts dagegen zu sagen, Mann! Oh, meinst! Oh, meinst! Oh, meinst!